Ich lese mir das jetzt gleich durch, was ich hingelesen habe, wenn ich das nächste Mal gestorben bin. Was hoffentlich nicht passiert. Nicht, weil ich deine Nachricht nicht lesen will, sondern es wäre ganz fein, wenn das hier zu Ende ist. Was sind beide im Abfall? Ich krieg das bestimmt hin, wenn ich hier durchlaufe, aber ich hab das echt keinen Bock, das einzugrehen. Waren das jetzt viermal? Weiß ich nicht, ich hab nicht mitgezählt. Nein! Ich wollte die Kisten. Okay. Okay. Oh, das war knapp. Okay, auf den Weg nach oben. Wie schnell ich runtergefallen bin. Okay. Okay. Das war so klar. Es war so verdammt klar. Ich glaub, wenn ich oben bin, werde ich überhaupt keine Probleme mehr haben. Jetzt hab ich das schon wieder... Ich bin eh runtergerutscht, egal. Ähm, sorry, ich muss jetzt noch in das ganze DM-Zeugs einlesen, beziehungsweise in das D&D-Setting zu machen. Und morgen spielen wir schon. Oh! Oh! Okay, das war so. Okay. Und jetzt... Ja, das war zu lang. Jetzt gerade so ein Moment, da habe ich Bock auf den Fisch aus der Dose, also den mit dieser Tomatensoße oder Currysoße oder was es da nicht alles gibt, da sind, ich muss da mal Lust drauf haben, irgendwie, und ich kann das nicht immer essen, ich esse das schon, also ich esse das sehr nett, aber jetzt gerade könnte ich sowas essen, äh, ne, ich merke nichts, stirbt, ja, Spyro wollte ich schon sagen, ähm, das Bier, das 4,4er Bier, das ist ja schon ein bisschen länger her, und die anderen beiden haben ja nur 2%, jetzt hat sich das schon wieder rumgedreht, was ist das für ein Drecksspiel, ey, wie kann man sowas programmieren? Dass sich da einfach so ein, das, das Pattern ändert. Ich finde mal vor, das ist irgendwie am Ende oder so. Ich hätte einen Hals, Junge. Perf, keiner handelt, denn da leadership probieren kann man samen? Ja. Gemeinding ist das. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Ist das doch viermal? Das war gerade schon sehr scheiße von mir. Vielmal hin und her ist schon ziemlich viel Zeit. Okay. Oh mein Gott! Ich bin sehr klar, dass das passiert. Das ist jetzt so kacke, dass ich keine Maske habe. Eine. Dieser Scheiß! Warum? Bei Monat habe ich Instagram installiert, damit ich mit einer alten Freundin Kontakt aufnehmen kann. Eigentlich absolut kein Fan von Insta, aber was tut man nicht für alles für Freunde. Er ist eh der King. Was daraufhin angeht, der Kerl kann trinken und man merkt bei ihm einfach gar nichts. Ich glaube, es liegt auch daran, dass er noch selten was merkt, in welcher Hinsicht. Mal abgesehen davon, dass er sonst schon nichts checkt. Ja, Böse! Er macht und tut und macht einfach was er will. Der Gudeherr, Crash Bandicoot! Crash Bandicoot! Crash Bandicoot! Entschuldigung, dass ich pfeife. Ich weiß, das ist nicht schön, wenn man das durchs Mikrofon hört. Nee, ich warte hier. Ich hab Zeit! Da hätte ich gekonnt. Mal sowas von. Das ist so ein Abfuck, diese Stelle. Das ist so nervig. Die auch. Die mag ich auch nicht. Kann man von den Dingern in der Luft getroffen werden? Ich glaub schon, ne? Bäh! Ach komm, das ist so dumm! Jetzt hab ich schon wieder keine Maske. Zieh dich! Jetzt wird 100 pro das gleiche passieren wie eben. Ne. Ne, 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 ne! Mit mir nicht. Das ist so dumm! Ich hasse diese Stelle. Und wenn du da ne Maske hast, bringt dir da auch nix. Das ist jetzt schon wieder andersrum! Mal gucken, was jetzt so abgeht hier. Ob das nur die eine Stelle ist, die falsch rum ist? Oder ob sich hier alles dreht. Mir dreht sich gleich auch alles um. Das ist echt ein Vorstand, weil wenn man kann. Lass uns das nicht darum, muss man sehen. Ich versuch's sonst. Da, ich denke... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.